Bei der Brustvergrößerung haben wir die Möglichkeit zwischen runden und tropfenförmigen Implantaten zu wählen. Wir haben hier diese Tropfenform. Davon gibt es 16 verschiedene individuelle Implantattypen, die wir gezielt für jede Frau einzeln auswählen. Vorteil von dieser Tropfenform ist, dass es hier oben etwas weniger Volumen hat und unten etwas mehr eben die natürliche Brustform nachempfunden.